Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir spielen wieder Dead by Daylight, was auch sonst. Und ich höre schon, wir haben korrupte Interventionen. Gut. Und wir haben eine Krankenschwester. Ich meine, wir hatten letztens erst eine Krankenschwester. Aber gut. Ich spiele heute übrigens mit Felix. Wir spielen mit Felix. Und... Ja. Da ich keine Selbstversorge mit ihm habe, muss ich mir irgendwie anders helfen. Und das tue ich, indem ich ein Medikit mithabe. Das tue ich, indem ich gleich liege. Nein, okay. Das tue ich, indem ich Plünderspürse mithabe. Dass ich schön Kisten looten kann. Und das tue ich, indem ich sein Perk gebaut für die Ewigkeit mithabe. Das ist das da unten. Also ich glaube, es heißt gebaut für die Ewigkeit. Also irgendwie sowas war das. Und das heißt, wenn ich ein Item aufgebraucht habe, füllt sich das nach einer gewissen Zeit nochmal um 40 oder 50% auf. Ich glaube, mir sind es aktuell 40%, weil ich das Perk nur auf Stufe 2 habe. Äh, ja. Das, äh... Das ist jetzt mein Ersatz für die Selbstversorge. Ich weiß auch nicht, ob der Killer jetzt Barbecue dabei hatte. Die ist recht zielgerichtet auf den einen da hinten los. Und es kann natürlich auch sein, dass man als Krankenschwester den Ruf einer Krankenschwester dabei hat. Vielleicht sieht sie mich, wie ich mich hier gerade heile. Okay, das lief jetzt nicht so gut bisher. Aber ich gebe noch nicht auf. Okay, es wird abgefarmt. Okay, das finde ich jetzt ist nicht so gut. Wenn dann solche Mates dabei sind. Okay, es war wenigstens geniehende Zeit dabei. Ich fürchte aber, der wird trotzdem gleich wieder liegen. Hm. Wir arbeiten jetzt mal am Generator. Und dann... ...hoffen wir, dass wir hier irgendwas gerissen bekommen. Diese Runde. Hm. Es wäre schön, wenn jetzt gleich mal... Ja, gut. Wir haben also auch ansteckende Angst dabei. Es wäre schön, wollte ich gerade sagen... ...wenn jetzt hier mal einen Generator angehen würde. Weil so... ...kommen wir hier nicht raus. Oh. Oh. Sie hat gerade kein Terror-Radius. Ich glaube, sie hat dabei... ...korrupte Intervention, ansteckende Angst, Tüftler und Barbecue und Chili. Ich glaube, das ist das, was sie dabei hat. Warum hatte sie plötzlich keinen Terror-Radius mehr? Ich gehe davon aus, dass irgendwo ein Gen fertig geworden ist. Oder... ...über... ...80% oder was da diese Grenze ist, fertig geworden ist. ...und sie dadurch keinen Terror-Radius hatte. Okay, mit Barbecue kann sie mich eigentlich jetzt nicht gesehen haben. Wir haben Terror-Radius. So, lass abhauen. Ich glaube nicht, dass sie Nöte dabei hat. Ich mache trotzdem mal das Totem weg. Also, mit Tüftler bin ich mir tatsächlich relativ sicher. Es gibt zwar noch so ein anderes Perk. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber das heißt, wenn sie die Obsession schlägt, hat nur die Obsession Terror-Radius. Aber sie hat ja nicht die Obsession geschlagen. Deswegen kann es das nicht sein. Okay. Okay, es geht niemand aufheben. Okay, es war wieder Tüftler. Habt ihr das gehört? Der Terror-Radius ist wieder losgegangen. Nach ein paar Sekunden. Lori! Schnell, 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 schnell! Diese Runde, die ist echt ein bisschen verflucht. Oh, nice. Kommt die jetzt in den Keller? Ja. Warum hände ich in den Keller? Weil hier eine Kiste ist. Ja, die Kiste bräuchte ich doch noch. Uh, da war wieder geliehene Zeit. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gerettet hat. Ob das die Fang war. Ich versuche jetzt, den Jen hier auch noch rauszunehmen. Dann haben wir die Jens in der Mitte weg, glaube ich. Also, die eine ist tot am Haken. Ich habe einmal gehangen. Lori hat, glaube ich, auch erst einmal gehangen. Und gut, Billy, auch einmal. Sie hat sich doch... Das ist ja ansteckende Angst, ne. Ich meine, ich glaube, ich habe jetzt hier Glück, weil sie hat Lori gegrabbelt. Aus dem Fenster. Das heißt, sie hat jetzt dann nicht... Sie ist dann nicht auf mich gegangen. Ups. Ich dachte, sie ist weiter. Ja, genau. Wie? Ähm, gut. Ich war auf jeden Fall schon ein Schritt durchs Fenster, meiner Meinung nach. Aber sie hängt uns bewusst nicht in den Keller. Verdammt. Ich glaube, Lori wird niemand mehr helfen können. Jetzt werde ich wahrscheinlich runtergeholt mit geliehener Zeit. Ähm. Sie kämmt jetzt da gerade wirklich? Schade. Schade, das ist jetzt echt ein bisschen verbaut, die Runde. Schade, schade, schade. Es war auch ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Mhh. What the hell? Ich gehe mal kurz hier rein und warte, dass sich mein Medikit wieder auflädt. Da unten seht ihr das Ablaufen? Das ist ja tatsächlich nötig. Oh, what? Wo war jetzt der andere Ausgang? Verdammt. Hat jemand aufgepasst? Wo war der Ausgang? Verdammte Axt. Sie hat Mühe. Das ist du. Wenn Meck es schafft, den Ausgang auszumachen, Respekt. Ich traue es mir nicht. Ähm. Es kann natürlich auch sein, dass die jetzt im anderen Ausgang steht. Shit. Hier ist der Ausgang. Sie ist tot. Ich muss raus. Sorry. Aber sie ist, sie ist tot und wir haben nöt. Das Totem da ist kein nöt. Oh, sie ist aufgestanden. Ich bin so ein Schisser. Oh, sie ist raus, sie ist raus. Ja. Oh mein Gott. Oh. Ich wusste es, dass sie rauskommt, ja. Ich wusste, dass sie rauskommt. Deswegen bin ich nicht losgelaufen. Nicht wegen nöt oder weil ich, weil ich lieber die 5000 Punkte fürs Entkommen haben möchte. Nein. Ganz und gar nicht. Ach. So. Ich hab's nicht gedacht, dass wir rauskommen. Ähm. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich konnte wenigstens das Perk von Felix zeigen. Dieses gebaut für die Ewigkeit. Das heißt tatsächlich so. Äh. Das heißt, ich konnte mir mit dem kleinen Medikit, konnte ich mich zweimal heilen. Das ist schon echt nicht schlecht. Plünderspürseln hab ich jetzt gar nicht gebraucht. Ähm. Wow. Was hatte sie eigentlich? Ansteckende Angst, Tüftler, Korrupte und Nöt. Okay. Also eigentlich wussten wir es tatsächlich, was sie hat. Was ist mit dem Tüftler? Tüftler ist mittlerweile so ein Standard-Perk geworden. Aber es ist auch einfach richtig gut. Gerade auf Billy oder auf der Krankenschwester, die so schnell von A nach B kommen. Wirklich. Wirklich gut. So. Ich verabschiede mich also jetzt aus dieser Runde. Ich hab ja schon gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich freu mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Gut. 错. Untertitelung des ZDF, 2020